In neuen Dorf angelangt, nur weiß ich nicht, wie dieses Dorf heißt. Neos. Neos. So, jetzt müssen wir erstmal... Ne, das nicht. Da eine Kirche aufsuchen. Boah, wir müssen erstmal... Jetzt wird's teuer. Jetzt wird's teuer, meine Freunde. Das zeige ich euch jetzt schon. Hier runter, oder was? Ja, Schwede. Okay, Bücher. Geweihtes Amulett, Zeichen der Stärke, Weihwasser und goldenen Gebetskranz. Den habe ich schon verballert, den goldenen Gebetskranz. Für die heilige Lanze. Hold up. Nichts Interessantes. Goldenen Gebetskranz. Wer bist du denn jetzt hier? Äh, wo ist der? Der werte feine Herr. Ich will mit dem doch sprechen. Sag nicht, dass ich meine Leute hier nicht retten kann. Hier kann ich... Ne? Wo ist der Pfarrer? Ah, ne, es war draußen sein Pfarrer. Oh, das... Ich hab keinen Bock. Das ist so teuer. Hier, da war doch irgendwo... Okay, hier. Pfarrer. Wie jetzt hier? Hallo. Ey, Quild. Was ist los mit dir? Okay, dann gehen wir erst gucken, was wir kaufen können. Was hast du im fünften Angebot noch? Ein geboren... Äh? Bup, 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 bup. 500 pro Stück, das sind 2000. Das könnte man... Könnte man sich anlachen. Aber erst mal... Werfen. Werfen, werfen, werfen. Kaufen, teuer. Egal, Tengis. Ja, ausrüsten, teuer. Kettpeitsche. Scheiße, scheiße. Ah, scheiße, ist das teuer? Ne, jetzt muss ich... Jetzt muss ich Sachen loswerden. Unter anderem... Verkaufen möglich, okay. Hier. Jo. Verkaufen. Aha. Ja. Ich glaube, da werden wir ein bisschen vorsammeln. Soll ich das alles fertig kriege. Einen Beutel habe ich noch. Es hat noch Plinkpläuen gemacht. Ich habe jetzt schon Angst, das Quartier... Hier ist irgendwo noch ein Rüstungs... Ne, da ist ein Wasser drin. Nein. Oh, jetzt wird's, jetzt wird's teuer. Oh, 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 oh. Stahlschild. Oh, Eisenmaske. Okay. Ich sehe schon, es ist scheißen viel teuer. Das wird wohl daran liegen, dass das hier einfach teuer ist. Ah, den kaufe ich schon mal. Jo, anziehen. Alles klar. Der ist schon mal fertig. Um jetzt schon mal was auszurüsten, bekommt Jessica schon mal ein neues Schild. Der macht natürlich noch mehr... ...anrichten, Simon. Perfekt sinken. Okay. Ja, den bekommt Jessica schon mal. Ja. Okay, jetzt muss ich gucken, verkaufen. Bronzehahnisch. Ne, ich muss erst wieder gucken. Ach, du ernst. Das ganze Zeug nicht hier. Transfer. Kann keiner anziehen. Dafür kommt der hier hinten rein. Vielleicht kann ich noch irgendwas mitmachen. Zack. So. Transfer. Kann eh keiner benutzen. Kommt hier hinten rein. Transfer. Zack. Ähm. Transfer. Ja. Transfer. Nach unten hin. Und bei ihm habe ich noch nichts gemacht. Das scheint auch wohl gut zu sein. Jetzt haben wir noch Plinkploi gemacht. Im Kessel. Was gibt's denn? Mondsegen. Ja, Mondsegen. Kann was machen. Ah, okay. Äh, kalter Käse. Jetzt habe ich ja diese Schimmelsopp mir gekauft. Machen wir mal eine rein. Okay, geht offen. Ähm, würde ich sagen, vielleicht zwei probieren. Vielleicht passiert was. Okay, bleibt schon mal im Topf drin. Ja, super. Dann muss ich auch weiter gucken. Muss man da noch alles haben. Jetzt gehen wir noch ins Schloss rein. Auf jeden Fall fette Sache. Was ist mit euch denn los? Ich will rein. Schon wieder? Nein. Mal gucken, wenn es auffällt, dass Marcello mich sieht. ist ein. Das ist mit euch. Der Herr Schiff ist ein scrupulant man von Atmacht. Aber ich versuchze deine Erwartung das mal, mein Kind. Möge es das Ende dieser Sache. Nö, 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 nö. Mach du mir da, was du so vorhast. Ich interessiere mich noch nicht dafür. Ich will da rein. Egal wie, ich will da rein. Da zieht Zwecklöden davor stehen, war wieder klar. Dann gehen wir noch in die ganzen Häuser rein. Hier ist natürlich nichts. Und dann weppen wir uns mal zur vorletzten Stadt. Hier ist noch eine Kirche. Damit wir ein bisschen trainieren können. Beziehungsweise ich hier ein bisschen trainiere. Ah, da ist eine Wache. Ist das ein Wachhaus hier oder was? Ja, anscheinend. Okay, Fass zerstören, Fass zerstören. Ich mach gern Fässer kaputt. 80 Gold. Noch mehr an der Wand für mich. Noch mehr an der Wand für mich. Okay. Bin wir jetzt hinten rein? Ferdis, 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 Ferdis. Okay. Hey, wie sollen die denn... Okay, ich frage nicht. Ich frage nicht, wie die mit den Pferden irgendwo wegkommen, wenn die nicht mal ein Boot haben. Einer. Ohne Schatzbrun. Talentsam. Futtern wir, ne? Würde ich behaupten. Oh, fünf. Jo. Kreisfigger. Immerhin, ne? Schon was Neues erreicht. Ich weiß gar nicht, wo wir sind hier. Oh, da ist noch ein Töpfchen. Okay, nix drin. Tschüss. Haben wir hier noch was? Hallo. Oh. Ja, toll. Jetzt gehen wir noch da hinten hin. Da ist es zum Pennen. Ah, Großmutti. Na, alles gut. Ne Pfi, oder war ja was? Ja, Flügelchen. 16 Münzen. Ah, da können wir irgendwo hoch. Es hat Pink Plowing gemacht. Pink Plowing heißt, es ist fertig. Und es kommt raus. Ein frostigen Käse hergestellt. Okay. Jetzt probieren wir es nochmal weiter mit dem. Und...